Hereinspaziert, hereinspaziert, hier spricht der Vorbundler vom Minenarbeit YouTube-Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich hier zurück in Parkitekt, genauer gesagt, im Minenpark-Ressort Hardenstein. Ja, Minenarbeit, daher Minenpark-Ressort Hardenstein, ich nenne alle meine Parks irgendwie Minenpark-Ressort, so und so. Das nun mal so am Rande. Wir haben noch einiges vor heute, wir bauen in Utopia weiter und ja, das ist unglaublich viel Arbeit. Unheimlich viel kleinkarierte Arbeit, wirklich, ich kann es nicht anders ausdrücken, deswegen höre ich jetzt auch mit meiner Vorrede auf und lasse es mal endlich anfangen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Parkitekt. Genau um diese Ecke hier soll es heute hauptsächlich gehen, wir machen allerdings noch andere schöne Sachen, aber ja, guckt auch bitte mal hier unten auf unseren Kontostand. Das ist der Grund, warum wir immer nur in Pausenmodus spielen, denn ich habe immer nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung für einen neuen Themenbereich. Wir haben jetzt allerdings nur 43.000, das ist nicht viel, es wird also bald schon erforderlich sein, dass ich einen Kredit aufnehme. Ganz besonders, wenn man daran denkt, dass wir hier noch ein paar Achterbahnen bauen wollen. Ja, die habe ich jetzt noch nicht weiter gemacht. Diese hier wollen wir heute fertigstellen. Also die Tour jedenfalls, die Strecke wollen wir heute schließen für unseren Powered Coaster, der ja durch diesen neuen Themenbereich durchfahren soll. Ihr seht schon, ich habe das Endstück gebaut, ich habe den Anfang gebaut und das Ganze soll jetzt irgendwie noch sinnvoll und interessant hier durchgeführt werden. Nun den, aber auch hier dieser Bereich, der jetzt sehr eng ist, da habe ich jetzt schon eine Idee für bekommen. Ich würde auch mal vorschlagen, wir machen direkt mal einen kleinen Sprung. Ja, da seht ihr schon gleich, was passiert ist. Ich habe hier oben also diesen Weg planiert. Bevor wir noch weiter darüber sprechen, erstmal habe ich mich überhaupt schon fürs Einschalten bedankt. Ich meine, das gehört sich ja so. Ich meine, das ist ja alles nicht selbstverständlich. Es gibt auf YouTube so viele Videos und auf mein Video habt ihr gedrückt. Also ich finde das ziemlich cool von euch, wirklich vielen Dank. Wenn ihr jetzt auch noch liked und vielleicht eure Freunde anruft, dass die auch noch alle liken und auch das Video anschauen natürlich, das ist noch wichtiger. Und Kommentar hinterlassen und überhaupt, dann kriege ich mich hier gar nicht mehr ein. Also macht das besser nicht. Ne, also würde mich natürlich sehr darüber freuen. Ein bisschen Call to Action muss ja sein. Aber jetzt kümmern wir uns erst mal hier um diese grünen Stellen. Ja, diese grünen Felder zum Beispiel haben mir nicht so unheimlich gut gefallen. Die sahen so ein bisschen aus wie bestellt und nicht abgeholt. Ich habe gedacht, ja, dann machst du einfach noch mehr Grün. Statt sie abzureißen, habe ich gedacht, ja, lackierst du jetzt auch mal die ganzen Zäune so grün und machst das mal konsequent hier so weiter. Auch hier oben. Und so ergibt das schon etwas mehr Sinn. Also es muss natürlich alles noch zusammenwachsen. Aber es ist ein ewiger Prozess hier, dieses Themengelände zu bauen. Und ja, jetzt werden wir uns auch mal gleich um diesen hinteren Bereich kümmern. Und vor allem auch um dieses mysteriöse Loch. Oh nein, was hat er getan? Ich habe euch versprochen, wir werden heute den Powered Coaster zusammenfügen. Und das ist inzwischen passiert. Das war eine ganz schöne Fummelarbeit herauszufinden, wo man den so langführen kann, damit es auch alles noch funktioniert und auch cool aussieht. Ich erzähle es euch gleich im Detail, wie ich es mir vorstelle. Hier ist auch eine neue Attraktion entstanden. Ich habe mich tatsächlich auch für den Skyfall entschieden. Ich finde hier, so eine Turmattraktion passt ja wirklich noch sehr gut in diesen Bereich. Jetzt werden wir, macht euch keine Sorgen, alles noch schön machen, schön verkleiden. Jetzt verfolgen wir erstmal hier die Strecke unseres Powered Coasters. Das ist alles klar. Und das werden wir hier alles nochmal ändern. Denn hier unten soll ein kleiner unterirdischer Bereich entstehen. Dieser Tunnel wird also nicht bleiben, sondern hier habe ich mir gedacht, ja, mach mal, wisst ihr, so Arcane-mäßig. Das passt ja auch so ein bisschen in dieses Thema. Also ein bisschen so ein Slum, moderner Slum, keine Ahnung, ein bisschen zerfetzte City. Und wo der Zug dann richtig abgebremst wird und ganz langsam hier dieses Stück durchfährt. Und erst hier hinten wird er dann wieder herausbeschleunigt. Ganz niedrig müssen wir uns hier halten, weil darüber ja auch die andere Achterbahn entstehen soll. So, dann machen wir nochmal ein paar Schlangenlinien. Dann geht es hier über den Hauptweg. Und diesen Endbereich kennt ihr dann letztendlich schon, bis wir dann hier in die Station zurückkommen. Aber das hier, diese Stelle, ja, da habe ich so richtig beim Bauen so die Idee bekommen. Was machst du jetzt? Einfach ein Tunnel ist natürlich auch möglich, aber auch wahnsinnig langweilig. Und von daher denke ich mal, könnte das richtig schön werden. Ist noch ein bisschen mehr Arbeit. Ich meine, was soll's. Ja, wir haben sowieso schon so viel Arbeit am Hals hier. Kommt's auf das auch nicht mehr an. Was mir jetzt gar nicht so gut gefällt, ist hier dieser Zaun. Ja, den sollte man dann auch in diesem Giftgrün, Station 74 Grün lackieren. Sieht alles nochmal ein bisschen besser aus. Ich finde immer schade, dass wir hier diese Zäune an den Stationen, ja, die Tür hat geklappt, okay. Aber die Zäune an den Stationen selber, die können wir leider nicht weiter bearbeiten. Und was habe ich mir mit diesem pinken Schild gedacht? Also, so sieht's doch besser aus, oder? Ich meine, pink ist auch schön, aber mehr Sinn macht das, wenn wir das in diesem Grün lackieren. Wobei das hier sowieso farblich noch etwas anders ist, dieser Bereich. Gucken nochmal kurz drauf. Jetzt, ja, mit ein bisschen Entfernung, sehen wir schon nochmal ein paar Stellen vielleicht, die wir nochmal ändern wollen. Obwohl, ich bin jetzt hier eigentlich ganz zufrieden. Das sollte ja hier so eine moderne Dachkonstruktion sein, mit Stahlblau auf so einem alten Gemäuer, was ein bisschen industriell und Steampunk-mäßig aussieht. Und hier so ganz futuristisch. Also, es ist wirklich so eine richtige Future City, Utopia City. So, und dann gucken wir auf das Wichtigste. Und zwar ist dieser Bereich hier oben, bei dem wir ja auch angefangen haben heute, der ist jetzt inzwischen fertig. Ich habe hier einfach ein bisschen dekoriert. War einfach mal so ein Ascheboden mit so Maßobjekten und roten Felsen. Das ist schon sehr schön. Dann haben wir hier unheimlich viel Nebel. Leider können wir das jetzt alles noch nicht so richtig genießen, weil ja noch keine Leuchterinnen sind und wir alles noch auf Pausenmodus spielen. Aber vielleicht werde ich den Park auch bald wieder öffnen, dass wir etwas Geld verdienen. Dann kommt wieder Leben in die Bude. So, meine persönlichen Flaggen hier, die passen auch sehr schön hier hin. Und ihr fragt euch die ganze Zeit, was ist denn das hier jetzt mit diesem Loch? Was hat er denn hier gemacht in dieser Grube? Ja, das ist ein Experiment, habe ich noch nie gemacht in Parkitekt. Soll ein Nabyrinth sein. Ich habe ja also hier, könnt ihr genau hinschaut, erkennen, dass ich da unten Glasscheiben drin habe und die geben so eine gewisse Route ab. Also es ist jetzt nichts zum großartig Verlaufen. Eigentlich ist es sehr linear, aber es sieht cool aus. Wahrscheinlich, wenn die Leute da drin rumlaufen. Ich hoffe mal, es geht gut. Ich finde die Leute hier in Parkitekt ja sehr intelligent von der Wegfindung. Also auch die Bediensteten und so. Also es klappt wirklich super gut. Deswegen mache ich mir da gar nicht so viele Sorgen. Aber ich fand das jetzt ganz schön. Es ist so eine Halbattraktion, sage ich mal. Eine selbstgebaute Attraktion. Auch hier einfach mal die Rampe an der Seite, dass das hier noch richtig schön eng ist. Und anstatt irgendwelche Treppen hier so in diesen Bereich runterzuführen. Und so können wir hier unten diesen Bereich schön ausnutzen, um da so ein kleines Labyrinth zu erzeugen, wo ich jetzt auch diese roten Stellen über also roten Nebel drin habe. Das wird bestimmt ziemlich cool aussehen, glaube ich. Also glaube ich bestimmt. So und dann habe ich ja noch da oben diesen Weg verbreitert und einheitlicher gestaltet. Hier bin ich noch ein bisschen dran. Hier auch der Weg in der anderen Farbe. Das sind ja alles so Kleinigkeiten. Ja und dann kommen wir nochmal auf diese kaputte Stadt, diese Slums oder was auch immer zu sprechen. So sollte das ungefähr sein. Also hier führt man schon mal so ein bisschen rein. Hier entstehen dann jetzt irgendwelche Gebäude. Das ist jetzt nur eine erste Idee, um mal zu sehen, wo was stehen könnte. Also macht euch jetzt bitte keinen Kopf, denn ich weiß selber, es sieht noch nicht so toll aus. Aber er geht mir jetzt einfach mal darum, ein paar Sachen auszuprobieren. Und da bin ich jetzt gerade so dabei. Also hier kommt man so ran und auch die Fahrt ist dann sehr interessant, denn hier wird man hochbeschleunigt, kracht hier so richtig runter. Und hier wird man aber wieder abgebremst, hier wieder etwas beschleunigt und dann hier ganz krass abgebremst. Und hier fährt man wirklich nur noch mit 5 Stundenkilometer durch, so ganz langsam und guckt sich alles schön an. Und das soll dann hier auch natürlich alles ein recht geschlossener Bereich werden. Auf der anderen Seite hier muss ich die ganzen Bäume erstmal abreißen, die wir hier gepflanzt hatten. Er guckt auch schon ganz interessiert hier. Unser Security Man oder ist ein Woman. Findest du wohl auch ganz toll, was hier so gemacht wird. Ja, hier geht es zur Sache. 36.000 noch auf dem Konto. War hauptsächlich jetzt die Achterbahn. Und ja, Dekoration ist natürlich nicht so super teuer. Aber auch hier war es mir wichtig, dass das alles recht eng wird. Nicht so weitläufig. Muss ja auch. Ist ja super eng hier im Grunde. Auch der Weg hier, wo führt der wohl hin? Führt der hier zurück? Oder wird er zweigeteilt? Führt hier zurück? Und auch hier irgendwie hin? Wäre ganz klug. Denn wir haben, das ist noch ein kleines Problem, im Grunde ist das hier der Hauptzugangsweg. Diesen ganzen Bereich. Denn von hier, der unteren Etage zumindest, kommt man nicht hier rüber. In diesem Bereich. Hier kommt man ja wunderbar rein. Direkt vom Anfang überall hin. Aber hier ist so eine Grenze. Man kann jetzt praktisch nur durch das Labyrinth, laufen, was vielleicht nicht so optimal ist. Oder, was auch nicht optimal, diesen Aufzug benutzen. Also das wird schon funktionieren. Aber es ist natürlich nichts für die großen Massen, die sich hier bewegen sollen. Auch vor allem denke ich an unsere Mitarbeiter. Weiß ich nicht, ob ich vielleicht auch nochmal unterirdische Wege anlegen muss. Ja, inzwischen ist auch hier unser Warendepot angeschlossen. und alles in Ordnung. Alles wie es muss. Aber ich mache mir noch ein paar Sorgen, ob das denn wirklich gut funktioniert. Aber es ist ja noch nicht fertig. Es wird schon. Gut, das wäre es dann jetzt erstmal für heute. Ich glaube, das ist auch cool geworden hier. Wenn ich da mal drauf gucke, ja, es sieht echt nicht schlecht aus. Richtig imposant, unser Centre Pompidou. Ja, gut, dann wäre es das erstmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich mache hier fleißig weiter und halte euch auf dem neuesten Stand. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Auch auf meinem Kanal noch. Guckt euch ruhig mal noch um. Ich blende euch was ein und außerdem erscheint mindestens jeden zweiten Tag ein neuer Film. Dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Freunde. Und Glück auf.